Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.400 US-Dollar. Wir haben heute Nacht nochmal so einen kleinen Wig nach oben hingesehen. Trotzdem ist das an sich kein wirklich bullisches Zeichen. Wieso, weshalb, warum werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Auch welche Trade-Möglichkeiten wir gegebenenfalls jetzt haben. Wir haben einen neuen Monat jetzt auf jeden Fall. Gestern März zu Ende gegangen, Optionen sind ausgelaufen. Doch nicht wirklich so diese Volatilität, die wir uns gedacht haben. Trotzdem kamen doch ein, zwei Punkte, auf die wir auf jeden Fall zu sprechen jetzt kommen. Aber bevor wir starten Freunde, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates und Signale, sowas wie hier zum Beispiel, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle für die kranke Resonanz auf dieses Video gestern, wo ich hochgeladen habe. Wir haben auch sehr, sehr viele Leute privat geschrieben. Also es wird zukünftig sowas öfters auf jeden Fall mal geben. Es war unvorbereitet. Ich habe das gestern einfach 20 Minuten einfach so, einfach komplett aufgenommen. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass das so gut bei euch draußen ankam. Und auch viele auch wirklich den Ernst der Lage so ein bisschen verstanden haben. Beziehungsweise sich da auch ein bisschen Gedanken machen. So, das war es jetzt aber dazu. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Chart-Analyse rein. Wie gesagt, momentan Bitcoin bei ungefähr 28.400 US-Dollar. Wir sehen heute Nacht wieder so ein kleiner Wig hier rüber. Bis auf 28.800 US-Dollar. Wir haben uns hier wieder ein bisschen Liquidität geholt. Ihr seht aber auch hier gleich auf den ersten Blick, nicht nur im 1-Stunden-Chart. Wir können das Ganze auch auf den 4-Stunden-Chart machen. Ein Breakout aus unserer riesigen Seitwärts-Range haben wir weiterhin nicht bekommen. Wir haben uns die Liquidität da drüber geholt. Und das war es dann aber auch schon wieder. RSI, Bearish, The Virgin und sowas. Immer noch weiterhin vorhanden. Also man muss hier weiterhin ein bisschen vorsichtig sein. Auf was ich aber hier ein bisschen näher eingehen wollte, war eigentlich das FIP-Level. Und zwar schauen wir uns das jetzt ganz kurz mal an. Wir ziehen das FIP-Level von unserem Pump bis zu unserer Korrektur-Level und sehen, okay, wir sind jetzt wieder ins Golden Pocket bereits mehrfach gekommen. Heute Nacht dann eben kurz dieser Wig nach oben bis 28.800, bis zum 0.786er. Aber auch nur, wie gesagt, die Liquidität geholt. Und was mich gestern noch ein bisschen angepisst hat, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wir hatten ja unsere Order hier unten bei der 1-Stunden-Demand-Zone, beziehungsweise auch bei dieser Ineffizienz. Habe ich dann früh gesagt, jo, wir streichen die Order, weil alles ein bisschen zu unsicher. Eine Stunde später, wo ich die Order gestrichen habe, ging es nach unten. Order wäre perfekt abgeholt worden. Minimales Risiko und dafür ein Pump nach oben hin. Aber gut, was wir machen, das ist genau dieser Punkt, den ich seit Wochen immer wieder sage. Momentan Setups bei mir, momentan ist einfach ein bisschen der Wurm drin. Ich will es ein bisschen zu genau haben, glaube ich einfach. Und dadurch euch auch ein bisschen weniger Risiko machen. Deswegen werden vielleicht teilweise auch die Orders nicht abgeholt. Aber gut, was will man machen im Endeffekt? Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind jetzt hier im Golden Pocket erst einmal rejected worden. Gefällt mir jetzt an erster Stelle ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Vom Verkaufsvolumen kam jetzt auch nicht so wirklich viel rein, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir müssen uns die Liquidität hier oben nochmal holen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir müssen jetzt hier eher versuchen, dass wir unseren Support-Bereich, und der liegt hier unten bei ungefähr 28.000 US-Dollar, beziehungsweise hier unten diese 27.700 US-Dollar, dass wir die halten. Weil momentan sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Klar, wir kriegen immer wieder Wicks, aber so ein richtiger Close mit einem tieferen Tief, den haben wir noch nicht. Das heißt, wir haben zwar hier unten diese 1-Stunden-Demand-Zone angewickt, aber keinen Close drunter bekommen. Das heißt, die ganze Aufwärtsstruktur ist noch in Gange. Das einzige Skeptische, was halt jetzt eben hier ist, wir haben das Golden Pocket gehittet. Wir sind aber aus dieser kleinen Downtrend-Linie, die ich hier nochmal eingezeichnet habe, momentan noch in der Bestätigung. Das heißt, es ist momentan ein bisschen Zwickmühle. Ich bin wirklich am Überlegen, hier in Short-Trade reinzugehen, weil ich einfach immer noch davon ausgehe, dass, und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen in die größeren Timeframes, dass wir weiterhin hier runter in die 25.200 US-Dollar-Region können. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wir haben jetzt Wochenende, das ist natürlich auch wieder so ein Faktor, wo man ein bisschen aufpassen muss, Wochenende, Trades eingehen, immer so ein bisschen fragil oder ein bisschen fraglich, hier in Trade einzugehen. Trotzdem, ich bin, wie gesagt, gerade darüber überlegen, ob wir hier diesen Trade, sag ich mal, aufmachen, mit einem Stop-Loss über diesen letzten Hoch. Wir schauen uns mal ganz kurz dieses Risk an. Würde bei 3% liegen, ist nicht gerade wenig, vor allem für ein Wochenende, wo am Wochenende immer sehr, sehr viel manipuliert werden kann. Wie gesagt, neuer Monat. Gestern sind die Optionen ausgelaufen. Heute übrigens, ach ja, wir haben ja 1. April. Ne, ich habe keinen Bock auf irgendeine Kinderkacke jetzt, irgendwelche Witze zu machen. Ähm, da außen bin ich da sauf schlecht drin. Auf jeden Fall, ähm, müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Ähm, momentan der shorteste Planung aufgrund des Golden Pockets, was natürlich jetzt auch die letzten, mit den letzten 4 Stunden Candles, sieht man halt auch ganz schön, sehr massakriert wurde. Kann man in dem Fall wirklich so sagen, wir hatten jetzt mehrere, sag ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 4 Stunden Candles, die alle ins Golden Pocket gekommen sind. Das ist natürlich nicht wirklich geil, weil das heißt, das Golden Pocket wird damit immer, immer mehr geschwächt. Das heißt, die Liquidität wird aus diesem Bereich rausgezogen und macht es natürlich anfälliger, um nach oben hin auszubrechen. Ne, deswegen warte ich jetzt erstmal noch ab, vielleicht auch erst morgen, um die ganze Sache noch ein bisschen, sag ich mal, besser einschätzen zu können. Momentan ist es mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu risky. Aber der Plan steht, short hier oben in dieser Region und dann mal gucken, Ziel sind weiterhin die 25.200 US-Zoll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kurs momentan straight jetzt gerade Richtung 30k geht. Gestern habe ich da noch ein bisschen anders geklungen. Heute, weiß ich nicht so ganz genau, traue ich momentan erst einmal nicht zu. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es hier aus? Auch hier ist einfach krass, die Seitwärtsrange bei Bitcoin, bei Ethereum wirklich 1 zu 1 momentan. Man sieht hier wirklich kaum Veränderungen. Es ist wirklich krass, wie wenig Bewegung hier im Chart wirklich drin ist. Riesige Seitwärtsakkumulationsphase. Ich habe aber gestern schon dazu geschrieben, solche Akkumulationsphasen können auch gerne genutzt werden. damit Wale verkaufen. Und ich habe gestern, habe ich es ja gestern schon im Video gesagt, dass vor allem bei Bitfinex die Whales ihre Long-Position schließen. Wir haben riesige Akkumulationsphase. Jeder denkt, oh ja, geil, bullische Akkumulationsphase. Wir gehen weiter nach oben. Das kann natürlich auch komplett in die falsche Richtung gehen. Und wir ballern einfach komplett nach unten. Also das ist so ein bisschen diese Zwickmühle, in der ich momentan auch ein bisschen bin, dass wir hier uns auch noch dieses höhere Hochholen können. Das heißt, die Liquidität, wo wir schon seit knapp einer Woche drüber sprechen, 1.850, 1.860 hier oben die Region, dass wir uns die Liquidität holen, drunter schließen und dann ein klares Short-Signal, zumindest nochmal ins untere Ende der Range, ein bisschen Konsolidierung und dann die Trendwende in Richtung 1.550. Das ist für mich momentan einfach noch ein bisschen so die wahrscheinlichste Variante, die ich mir vorstellen kann, dass wir hier eben nochmal runtergehen, Liquidität tanken und dann wirklich ein höheres Hoch reinkriegen. Aber das wäre so einfach der beste Fall, wie bei Bitcoin 25.000, 24.000, Liquidität einsammeln, Support bestätigen und dann können wir von mir aus auch mit kompletten Schwung die 30.000, 32.000 US-Dollar-Marke durchbrechen. Ja, das war es jetzt erstmal ein bisschen zu Bitcoin und Ethereum. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz rüber zu den News, die ich noch nicht aktualisiert habe. Ihr kennt es ja, Freunde. Was haben wir hier? Crypto Wallet Hersteller Ledger schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab. Das finde ich gut. Ich bin nur gespannt, wie sie das machen wollen, weil wenn jetzt hier Hardware-Wallet-Verbot kommt mit 1.000-Euro-Transaktionen, bin ich echt mal gespannt, also meine ich jetzt wirklich ernst, ob irgendwann KYC-Pflicht bei Ledger ist. Bin ich wirklich mal gespannt, wie das zukünftig abläuft. Ich bin ja wirklich am überlegen, auch wegen dem ganzen Mist, auch wenn es gar keinen Sinn macht, momentan hier sich darüber Gedanken zu machen, weil sie es eh nicht nachvollziehen können. Aber ob man sich vielleicht nochmal einfach so zwei, drei Ledger einfach mal so ein bisschen auf Vorrat holt, dann hat man drei Stück, Non-KYC, wer weiß, was früher oder später kommt. Andererseits denke ich mir, dann bestellst du das Ding aus den USA oder so, dann hast du auch kein KYC. Also es ist ja nur EU-Raum. Es ist ja nur EU-Raum. Dann gehst du in die Schweiz, holst dir von mir aus, na, wie heißt es, Bitbox, ist auch Non-KYC. Schweiz, weiß ich nicht, ob das da unter europäisches Recht dann wirklich so fällt. Aber gut, Freunde, ihr wisst ja, was da draußen für eine große, kranke Scheiße unterwegs ist. Ich habe es ja gestern in einem Video gesagt, also schaut euch das Video gerne an. Gingen keine Push-Mitteilungen raus, weil ich gestern drei oder vier Videos hochgeladen habe. Deswegen weise ich da nochmal drauf hin. Schaut euch das Video gerne an. Wie gesagt, spannendes Wochenende, hoffentlich ein bisschen ruhiger. Später sehen wir uns da noch zum Wochenausblick, was nächste Woche so ein bisschen abgeht. Wird auch sehr, sehr interessant werden. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen und lasst euch heute auf jeden Fall nicht veräppeln. 1. April, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto.